Der hat mich jetzt nicht ernsthaft gesehen, oder? Komm noch! Ich fick' ich auch so. Noch einer? Okay, ähm, da konnte ich die Flasche nicht mehr nehmen. Okay, der ist ein bisschen stärker. Ja, dann könnte man auch noch einen Zauber machen. Habe mich auch gerade auf. Naja, 282. Geht ja auch noch! Uh! Ah, nehmen wir mal den. Ich habe ja bloß einen. So, dann einmal den da oben wieder. Hallo? Das war die Fälscher. Und du auch, Anna. Okay, das macht hier deutlich weniger Schaden als eigentlich. Okay, ich kann mich auch wegbewegen. Okay, ich wollte dich perrin. Ach komm. Boah, es ist dunkel. Meine Fresse und ich hab schon wieder die Flakons weg. Ich habe alles gewonnen. Was hat es dich gekost? Alles. Es gibt noch welche. Was? Wie wichtig da unten? Ah, das sind zwei gewesen. So. Jetzt alle fertig. Gesprung in der Topf. Ah. Ich hoffe mal, das waren jetzt alle. Ah. Nein. Hallo? Den da. Ja. Da ist tatsächlich ganz gut, dass ich diese Waffe habe, weil die ein bisschen mehr auf Range geht. Glühsteine habe ich noch Moos gesehen. Kann ich Material sammeln? Silbernes Glühwürmchen. Okay. Wozu braucht man denn Silbernen Glühwürmchen? Das waren... Die da. Äh. Ein kaltes Wasser gefunden. Im Sonnenlicht. Wo ist es denn? Ja. Also gar nichts. Mieser Motherfucker. Weißt du das? Weißt du das? Oh. Weg da. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich habe das Gefühl... Oh. Geht's noch weiter. Ich will nicht. Oh. Fuck. Ähm. Oh. 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 Okay, der kann ich nochmal an. Oh. Oh. Ne. Scheiße. Ah, ich... bin aus der Uhr oder so. Das ist nicht. Okay. Okay. Und danach ist der Dungeon wahrscheinlich besiegt. Minus 1750 Runen. Yay. Na, auch ganz toll. Ah, nee. Leveln können wir ja später erst. Okay, Dichter möchte ich eigentlich gerne wegbekommen. Das heißt... Einmal... Zweimal... Zweimal... Was? Na komm. Try me, bitch. Ich sollte nicht so cocky sein. Oh, Alter. Come on, Nutshell. Und da sind die 1740 Runen auch wieder weg. Ah, Alter. Es wird sehr schön, hab ich gehört. Komm. Danke. Meine Fresse, Alter. Wenigstens ist der Näffigste von allen jetzt weg. Ja, du auch. Du, komm mal her. Okay, ein Ding ist ja gar nicht mal so scheiße gegen dir. Das nächste ist du da hinten. Ich könnte mich versuchen anzuschleichen. Ja, nee, nicht gegen Wolf. Okay, wenn ich renne... ...wenn ich einen schneller besiegen. Dann hab ich die beiden auch weg. Ist dir ein Knochen. Okay, und dann geht's jetzt hoffentlich ohne Komplikation gegen den Boss. Das kann ja, ähm... ...weiter werden. Ah. Boa. Huh? Es ist so. okay wow okay Okay. Ah. Fuck. Scheiße. Den Eingriff hab ich nicht gesehen. Ah, das ist nicht. Hm, das gleiche wieder von vorne. Es wird sehr lang dauern, bis ich den durchhabe wahrscheinlich. Ja, eins, zwei, drei. Ich kann noch kurz hintereinander casten. Okay. That is good to know. Ah, fuck. So, du. Kass auch auf die Schnauze. No, du. Okay, wenn man weiß, wie man die Wölfe bekämpfen muss. Nehmen wir mal Rage-Wappen. Hier geht es ja noch relativ einfach. Dann kommt man sogar ohne Schein mal durch. Nun ab dafür. Ich würde gerne erstmal mit der Seelen zurück. Und nochmal. Sprinkst du jetzt? Puh. Sollte das sein. Eins, zwei. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich den Pairing kann. Okay, dann springt er dann gleich. Genau. Ach, alter. Puh. Okay, jetzt springt er dann gleich wieder. Ja. Nee. Kacka. Ah. Juhuhuhu. Komm, mach mal. Ah. Schmerz. Ich lebe? Was? Bitte was? Ich lebe? Wie viel HP habe ich? Ähm. Dankespiel. Als ob ich noch lebe. Die HP anleiste, die gibt's einfach nicht mehr. Äh. Äh. Ich möchte mich noch kurz umgucken. Ich glaub, wir haben mit dem Dungeon geklärt. Ich bin immer noch ein bisschen bach. Äh. Ja. Skill ist, wenn Lack zu Gewohnheit wird, ne? Aber wenn du so weiter gehst. Nämlich Keine. Ja. Zurück zum Eingang. Anders kann ich den nur echt nicht besiegen, Alter. Da brauch ich schon Lack für. Ich war schon... Ich war schon wieder kurz davor, mich zu ärgern. Also... Ich... Ich möchte... Ich möchte mich heilen. Ähm. Ach ja, ich hab ja noch keinen Zauber. Truhe sortieren. Ach, weil man noch Gewichte zu kriegt, ne? Flaschen. Wie kann ich denn Flaschen verstärken? Aufgefüllte LP mit deiner heiligen Träne erhöhen. Nein, die heilige Träne möchte ich eigentlich nicht. Okay, die Aufführung. Wenn ich weniger, weil ich mal noch öfters benutzen möchte. Sonst verstehe ich das System erstmal nicht. Haaaah. Ich bin andere Spiele mit dem Controller gewöhnt, sagen wir es mal so. Okay. Nach, äh... Ich gerne den... Nein, du hast mich nicht gesehen. Ja, komm, ich möchte dich... Jawoll! Boah. 346 Schaden. So, ja, wie würde ich mich so tun tun können? Und das.